Ein Programm für deine Arme und natürlich, wenn wir die Arme arbeiten, sind meistens auch die Schultern mit dabei. Gehe erstmal mit den Armen zur Seite nach vorn, noch relativ schnelle Bewegungen einfach zur Seite nach vorn. Du kannst das auch gern erstmal ohne Gewichte machen und dann locker die Schultern kreisen. Ganz locker. Und dann nimm die Arme einmal ins Beugen rauf, strecken, beugen, tief. Beugen, strecken, beugen, tief. Nach oben gebeugt, nach oben lang, gebeugt und tief. Ob du Gewichte nimmst und wie schwer die Gewichte sind, die du nimmst, entscheidest du selbst. Du kannst auch zwischendurch natürlich die Gewichte immer mal weglassen oder wieder nehmen, je nach Übung. Bauch lass immer schön fest und dann nimm die Arme nach vorn in Bizeps Curl. Also die Oberarme lässt du einfach dicht an deinem Körper. Die Unterarme nimmst du rauf und tief. Die Handflächen schauen dabei Richtung Decke oder Richtung zu dir, wenn du die Arme ran hast. Fester Stand, Bauch schön fest, Knie leicht gebeugt. Man könnte das Ganze jetzt auch im Sitzen machen, aber da wir zu viel im Alltag sitzen, stehen, ist immer dann doch die bessere Variante. Wechsel dann die Handposition, dass du diesmal die Handflächen so hast, dass sie nach innen zeigen. Weiterhin die Unterarme beugen und strecken. Das Tempo kannst du selbst wählen. Und dann nimm die Oberarme in Schulterhöhe nach vorn ausgerichtet und die Unterarmens beugen und strecken. Achte darauf, dass deine Ellbungen nach vorn zeigen, nicht zur Seite. Mit Schulterhöhe ist gemeint, dass sie einfach auf Schulterhöhe sind, die Ellbungen. Aber nach vorn ausgerichtet, die Unterarme bewegen sich vor und zurück. Und dann noch etwas weiter nach oben. Schau dabei, dass deine Ellbungen wieder schön nach vorn ausgerichtet sind, nicht zur Seite gehen. Und versuch die Unterarme wieder zu beugen, zu strecken. Bauch bleibt die ganze Zeit schön fest. Die Knie lässt du leicht durchlässig, schön locker. Und dann nimm die Oberarme dicht am Körper und lass deine Unterarme ins Dreh hingehen. Dass du einfach deine Unterarme drehst, dass sie einmal nach unten zeigen, die Handflächen, einmal nach oben. Ganz locker zwischendurch auch so ein bisschen was für die Unterarme, da das Unterarmtraining oft vernachlässigt wird. Stell dann einen Fuß nach vorn, ein Bein zurück, Oberarme schön weit oben, Oberkörper etwas nach vorn, Unterarme streckst du und beugst du. Schau immer so ein bisschen, dass deine Handflächen neutral bleiben, also nicht abgeknickt werden. In einer Linie mit dem Unterarm, wollte ich sagen. Zündere Beine so ein bisschen lang, das Vordere ein bisschen gebeugt, Bauch schön fest. Dann lass einen Arm rauf und tief gehen, den Arm auf der Seite, wo du das Bein hinten hast. Den Oberkörper dreh aber gar nicht zu sehr mit auf. Versuch den Oberkörper still zu halten. Das bewegt sich praktisch Arm und Schulterblatt auf der Seite. Der Kopf kann mitgehen, muss nicht. Und dann schieb deine Arme nochmal tief und rauf, lass sie also nach unten hängen und zieh die Ellbogen dicht, Armkörper nach oben. Dass nach oben die Oberarme gezogen werden und die Unterarme bleiben praktisch hängen. Unten sind die Arme lang und oben hat Oberarm, Unterarm ungefähr 90 Grad. Und dann schau, dass du so stehst, dass wenn du tief und rauf gehst, die Beine möglichst beide im 90 Grad Winkel sind. Und schieb deine Arme kräftig mit rauf, Oberkörper schön aufrecht, dass er ungefähr in einer Linie mit deinem Oberschenkel, mit deinem hinteren Oberschenkel ist. Geh tief und rauf, schau auch, dass vorn du das Bein so hast, den Fuß so hast, dass das Knie, wenn es nach vorn mit geht, nicht über die Zehen rausragt, immer noch hinter den Zehen bleibt oder gleiche Höhe geht auch. Und dann wechseln wir einmal rüber zur anderen Seite, Oberkörper wieder nach vorn geneigt, ungefähr in einer Linie mit dem hinteren langen Bein. Die Oberarme halt so weit es möglich ist oben, die Ellbogen schön weit oben halten. Versucht die Oberarme da auch still zu halten und die Unterarme zu beugen, zu strecken. Viele haben da leider nicht so den Blick für und kann Übungen auch, falls einem Körpergefühl fehlt, entweder durch den Partner kontrollieren lassen oder eben vom Spiegel üben. Und dann nimm wieder einen Arm diesmal zur Seite, rauf und tief, einfach den fast langen Arm. Bei Kräftigungsübungen lassen wir ja immer die Gelenke leicht gebeugt, dein Ellbogengelenk ist also leicht gebeugt. Und dann geh so ein bisschen rauf und tief. Schieb dann die Arme wieder tief und rauf, einmal hängen lassen, einmal rauf schieben. Die Schulterblätter hinten schön zusammenziehen, die Ellbogen schön weit nach hinten oben ziehen. Die Unterarme sind dann aber hängend, also sind oben die Arme im 90-Grad-Winkel im Ellbogengelenk. Unten lang, vordere Bein gebeugt, hintere lang, Bauch fest, Kopf immer in Verlängerung der Wirbelsäule. Und dann geh auch hier nochmal tief und rauf mit den Knien ins Beugen, ins Stricken, schieb die Arme rauf und tief. Oberkörper lass schön aufrecht, Bauch lass schön fest. Komm dann ins Stehen zurück und nimm deine Handgelenke ins Beugen und Strecken. Lass die Oberarme ruhig dicht am Körper, die Unterarme parallel zum Boden und versuch deine Handgelenke zu beugen, zu stricken. Noch mal zwischendurch ein bisschen Training, auch für die Unterarme. Und dann geh ganz tief und rauf, sogenanntes Aufwärtsrudern, das Gesäß schön weit nach hinten schieben, lass den Rücken schön gerade, schieb die Arme tief und rauf. Zieh die Ellbogen schön weit nach außen und die Hände gehen ungefähr bis Schulterhöhe hoch und wieder tief. Die Ellbogen schön weit nach außen, die Schulterblätter hinten schön zusammen. Und dann nimm die Arme gebeugt vor und lang zurück, nach vorn beugen, nach hinten strecken. Die Handflächen nach unten, nach oben, wenn du nach hinten gehst, sind die Handflächen oben, wenn du nach vorn gehst, sind die Handflächen unten. Stabiler Stand, Hüft- oder Schulterbreit, Bauch schön fest. Lass die Oberarme dann in Schulterhöhe, die Ellbogen in Schulterhöhe und nimm deine Unterarm ins Beugen und Stricken. Nimm die Arme dann Butterfly vor und zurück, die Arme, die Oberarme, die Ellbogen in Schulterhöhe, Unterarme gehen vorn zusammen. Und schön weit zurück, nach hinten, die Schulterblätter nach hinten schön zusammenziehen. Wenn du keine Gewichte zu Hause hast, kannst du auch 500 Milliliter in Flaschen füllen und die nehmen. Nimm die Arme dann nochmal vor und zurück, die Beine kannst du überkreuz nehmen, dass du auch gleich so eine kleine Instabilität hast. Und die Arme nochmal etwas vor und zurück, schön überkreuz, nach hinten wieder die Schulterblätter schön zusammen. Ansonsten gibt es natürlich auch kleine Gewichte zu kaufen, wie wir sie auch in der Vereinshalle zum Beispiel haben mit den Schlaufen. Falls du nicht weißt, wie und wo, ich kann auch gerne welche besorgen, habe auch vorrätig immer mal welche da. Wechsel dann die Füße nochmal, dass du den Überkreuzschritt auf der anderen Seite auch nochmal hast. Und nimm die fast lang gestreckten Arme einfach rauf und tief. Wähle mit den Gewichten immer so die Gewichte, also die Schwere der Gewichte, dass du nicht in Ausfallbewegungen kommst. Dass du wirklich in der Lage bist, deine Arme zu heben, zu senken. Wie viele Wiederholungen ist dann gar nicht so wichtig. Wenn du Krafttraining machst, eher weniger. Wenn du Kraftausdauertraining machst, eher mehr Wiederholungen schaffen. Ansonsten entscheide selbst. Nehmen die Gewichte dann einmal zur Seite und gehen zwischendurch in ein paar Dehnungen für die Arme, die Schultern. Nehmen die Hand schön weit zwischen die Schulterblätter. Versucht den Trizeps, den Armstrecker schön zu dehnen. Und das Ganze natürlich auch auf der anderen Seite. Dann schieb die Arme nochmal schön rauf. Zur Decke. Lass dann einen Arm nach vorn in Vorhalte gestreckt. Und zieh mit der anderen Hand die Hand Richtung Unterarm. Das Ganze auch nochmal in die andere Richtung. Der Arm, der gedehnt wird, wird ganz lang gestreckt. Auch auf der anderen Seite. Elbung ist nicht gebeugt vom Arm, der gedehnt wird. Es geht um eine Dehnung im Handgelenkunterarmbereich. Und das Ganze auch einmal nach unten, dass du den Arm wirklich lang hast. Und die Hand ziehst du praktisch nach oben mithilfe der anderen Hand. Das hilft zum Beispiel auch gegen Tennisarm. Dann hält man diese Dehnung sogar ein, zwei Minuten, wenn man gegen Tennisarm arbeitet. Das Ganze auch auf der anderen Seite, den Arm lang. Die Hand ziehst du rauf. Das Handgelenk, du die Beugung hast. Und dann geh langsam Wirbel für Wirbel und lauf einmal vor zur Mathe. Leg dich aber nicht ab, sondern lauf auch nochmal zurück. Wir haben ja Training, Hände, Arme, dass du einmal nach vorne läufst. Und wenn du vorn bist, im Frontstütz sozusagen kurz, wieder zurücklaufen. Schrittchen für Schrittchen vor und Schrittchen für Schrittchen zurücklaufen mit den Händen. Komm dann ganz und gar auf die Knie, wenn du die Liegestütz so machen möchtest. Also sprich Frauenliegestütz. Kannst natürlich auch auf den Zehen bleiben, wenn du richtige Liegestützen schaffst. Geh aber bitte nicht nach außen mit dem Ellbogen für die Schultern, sondern geh nach hinten, neben deinem Körper mit den Ellbogen, dass wir die Trizepsliegestütze sozusagen machen. Du den Ellbogen nach hinten bewegst. Tief und rauf die Ellbogen. Schön nach hinten, wie gesagt, Bizeps, Trizepsliegestütz für die Arme. Und dann stütz dich in den Vierfässerstand. Nimm, wenn du magst, dir wieder ein Gewicht. Lass den Arm schön weit oben. Und geh mit dem Unterarm nochmal ins Beugen und Strecken. Gerade Trizepsübungen, Armstreckerübungen zeige ich relativ viele, aber auch aus dem Grund, weil unser Bizeps im Alltag beansprucht. Wirkt der Trizeps aber so gut wie nie im Alltag beansprucht wird. Darum auch einige Übungen für den Armstrecker, den sogenannten Winkearm hier auch. Wechsel dann auch zur anderen Seite. Versuch den Oberarm so weit es geht oben zu halten, den Ellbogen oben zu halten. Lass den Oberarm dabei jetzt still. Der geht nicht rauf und tief, nur der Unterarm ist in Bewegung. Auch etwas, was viele schwer koordinieren können, aber das kann man üben, dass der Oberarm nicht bewegt wird, nur der Unterarm in Bewegung ist. Und dann schieb die Arme schön weit nach vorn. Kopf leg ab, wenn möglich. Brustbein lass hängen. Gesäß ist über dem Knien, dass du zwischendurch die Schultern auch mal schön dehnst. und dann stütz dich rauf. Versuch ganz und gar in den Stütz zu kommen und versuch im Wechsel ein Arm rauf und tief zu nehmen. Mal rein, ein Arm heben, ein Arm senken. Ein Arm aus Himmel. Ein Arm aus Himmel. Und dann komm zwischendurch ins Sitzen, greif dir dein Bein und zieh es mithilfe vom Unterarm ran. Das ist zum Beispiel so eine Bizepsübung, dass du das Bein schön schwer lässt und du ziehst es jetzt zum Körper ran und schiebst es wieder weg und versuchst dafür die Armkraft zu nutzen. Nicht Beinkraft, nicht Bauchmuskel, sondern ziehst, dein Unterarm geht ins Beugen und Strecken so ein bisschen und ziehst mit dem Arm das Bein ran. Das ist dann zum Beispiel, falls jemand kein Gewicht hat, eine Möglichkeit, wie man das eigene Bein als Gewicht sozusagen nutzen kann. Einfach ranziehen, wegschieben, den Unterarm beugen und strecken. Und dann lass die Fersen aufgestellt, lass die Knie gebeugt. Zieh die Arme schön weit nach hinten, setz dich mit dem Gesäß etwas weiter nach vorn, nochmal eine Dehnung für die Schultern, Brustbahn schön gehoben lassen. Und dann leg dich ganz und gar auf deinen Rücken, nimm dir die Gewichte nochmal rauf und schieb die Arme auf und tief beugen, strecken der Arme. Schau immer, dass du deine Handgelenke möglichst neutral hast, dass sie in einer Linie mit dem Handgelenk sind, nicht nach irgendwohin abgeknickt. Die Arme heben und senken, wieder in dem Tempo, das für dich angenehm ist. Lass die Oberarme dann still, nimm die Unterarme ins Beugen und strecken, wenn du die Arme lang hast, dann die Unterarme beugen und strecken, die Oberarme bleiben. Und dann nimm deine Unterarme zusammen und leg seitlich die Arme an. Ab Butterfly hatten wir vorhin im Stehen, jetzt im Liegen ist es nochmal mit der Schwerkraft etwas anders, die dazu dann noch wirkt. Seitlich in U-Form ablegen und nach oben die Unterarme zusammennehmen. Lass die Oberarme dann in Schulterhöhe liegen und nimm deine Unterarme rauf und tief. Versuch, soweit es dir möglich ist, die Unterarme rauf und tief zu bewegen. Die Oberarme lass in Schulterhöhe liegen. Nochmal schöne Bewegung vor allen Dingen für die Schultergelenke aus der Schulterschule, wo, falls du Interesse hast, du ja auch ein Video genau für die Schulter nochmal haben kannst. Oder aber, vielleicht hast du es ja auch schon. Ein Lehrvideo mit genauen Anleitungen auch nochmal Wissenswertes zur Schulteranatomie. Nun lass die Arme dann nochmal ins Beugen und strecken gehen. Halte die Arme dabei so ein bisschen gehoben. Zum Körper ranziehen und lang strecken. Und dann lass deine Arme nochmal kreisen. Das kannst du ohne oder mit Gewichte machen, wie es dir angenehmer ist. Lass die Unterarme, die Oberarme stillen, soweit es geht und nimm deine Handgelenke nochmal ins Bewegen. Diesmal so, dass die Handflächen sich anschauen. Und du vor und zurück nochmal die Handgelenke bewegst. Diesmal nicht ins Beugen und strecken, sondern so seitlich sozusagen. Und dann lass die Handgelenke auch noch locker ins Kreisen gehen. Und dann lass die Handgelenke auch noch locker ins Kreisen gehen. Nimm die Unterarme in den Ellbogengelenken auch ganz locker ins Kreisen. Nimm die Gewichte, falls du sie noch hattest, ganz und ganz zur Seite. Und lass auch die Finger locker zappeln. Lass die Handgelenke nochmal ohne Gewichte locker kreisen. Die Finger locker bewegen. Und dann nimm deine Schultern ganz locker ins Bewegen, als wenn du auf deinen Schulterblättern läufst. Ganz lockere Bewegung mit den Schultern. Lass dann die Finger ineinander, die Handgelenke nochmal ganz locker kreisen. Ganz lockere Bewegung. Die Arme locker, die Handgelenke locker, die Schultern locker. Nochmal schön ins Kreisen der Arme gehen. Zieh die Arme nochmal lang zur Decke. Die Handflächen Richtung Decke. Schieb die Arme dann nach oben über deinen Kopf hinaus. Zieh die Beine lang. Tada! Das war's. Das war's. Vielen Dank.